Hallo, ich heiße Ketty. Ich komme aus Georgien. Ich bin 21 Jahre alt. Ich bin sehr glücklich, weil ich eine Austauschstudentin am Reina Campus Remagen bin. Ich wünsche Ihnen viel Glück und ein produktives Semester. Hallo, mein Name ist Sabah. Ich bin auch Georgie, 21 Jahre alt. Wie meine Freunde studiere ich auch ein Semester in Remagen. Ich möchte euch alle wirklichen Leben treffen und näher kommunizieren. Ich wünsche euch viel Erfolg und viel Glück. Ich bin Luca aus Georgien. Ich studiere Geschäftsführung an der Twilichstaatlichen Universität. Zurzeit bin ich Austauschstudent am Reina Campus. Ich lade sie nach Georgien ein, um Hadjaburi und viele andere zu essen.